Neymar als Megatransfer zu den Bayern? Das zumindest wünscht sich Bastian Schweinsteiger. Der deutsche Meister bastelt gerade an seinem Team für die Zukunft und Neymar scheint auch etwas für die Bundesliga übrig zu haben. Alle Ligen in Europa sind sehr interessant. Gerade wenn ich an Bayern denke, das ist ein großer Verein. Die Spieler haben eine außergewöhnliche Qualität. Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Es gibt nichts, was dagegen spricht, aber es hängt natürlich alles vom Zeitpunkt ab. Auf der Playstation spiele ich manchmal mit Bayern München. Bei Deutschland fallen mir spontan die Fans ein und die Art und Weise, wie man als Spieler empfangen wird. Mir fallen die gute Organisation und die tollen Stadien ein. Abgesehen davon, ein Transfer scheint vorerst unrealistisch. Neymars Vertrag bei Barca läuft bis 2021 und beinhaltet eine Ausstiegsklausel von 250 Millionen Euro.